So und herzlich willkommen zu Folge 63. Ja, beim letzten haben wir schön in der Holle ein bisschen rumgeklotzt, ein paar Gas besiegt, ein bisschen Netaquarz rausgekloppt und das werden wir jetzt auch ganz freudig hier verbrauchen müssen. Ähm, wir müssen ja glaube ich erstmal anfangen, irgendwas herzustellen. Das heißt, wir brauchen die ganze ME-Seite. Da können wir doch glaube ich hier schneller drüber greifen, wenn wir hier drüber gehen. Und zwar Applied Energistic. Ja, Mod. Dann nehmen wir das hier mal. Hä? Ich will auch den Mod haben. Genau. Die Seite brauche ich. So. Und dann brauchen wir jetzt erstmal hier so CPUs und etc. Wärmetauscher, Kammer-Schutzwand. Da brauchen wir ein Neta. Ne, da brauchen wir dieses komische Quarz-Zeug. Habe ich denn eigentlich genug von? Viel zu offen. So, warte mal. Da habe ich doch gerade was gesehen. Warte mal, wie ist das denn jetzt gerade aufgetaucht worden hier? Habe ich getrunken? Hier hat sich doch gerade was angezeigt. Naja. Soll wohl so richtig sein. So, die Bäume sind auch fast fertig. Die können wir auch bald schon wieder abkloppen. Dann brauchen wir jetzt das hier alles. Und ich habe wieder zu viele Kisten bzw. zu viel Müll im Inventar. Das bleibt hier. Ähm, ja. Knochenmehl. Zu viel Müll. Dass ich das jetzt mal hier reinschmeißen muss. Ähm, hier ist auch nochmal Müll drinne. Soweit, der Müll lasse ich erstmal drinne. Damit ich nichts hier zu viel veranstalte. So. Das brauche ich. Und dann habe ich da irgendwo die Erzekiste irgendwo. Hier sind keine mehr. Da. Das brauchen wir jetzt alles. Das kann ich rausnehmen. Das kann ich rausnehmen. Ne, Elektron brauche ich gerade nicht. Hier. Kann ich rausnehmen. Da müssen wir auf jeden Fall noch mehr von haben. Nicht nur dieses kleine Etwas, was hier sowieso hier nur ein bisschen rumfleut. Da brauchen wir auch noch Massen von. So. Das habe ich hier noch. Wir brauchen, dass ich hier immer noch mehr habe. Aber ich glaube, das war der letzte Rest. Der abendsinnliche letzte Rest, den ich hier zusammenkratzen konnte. Gut. Dann brauchen wir jetzt erstmal diese Kammerschutzwände. Da brauchen wir Gold und Eisen. Gold habe ich. Eisen habe ich. Das wird auch direkt verbraucht. Aber warte mal. Wie war denn? So. Und. So noch. Das Schlimme ist, man bekommt ja auch nur eine. Immer da raus. Da hätte man auch vielleicht schon zwei machen können. Da wird auf jeden Fall das nicht ausreichen. Das ist das Problem. Ich will hoffentlich, dass ich jetzt was Falsche gemacht habe. Ne, das ist eigentlich, was ich brauche. Der Rest ist so Monitore, Mühlstein. Ne, das passt eigentlich alles. Laufwerk, Disketten. Dann kommen hier wieder diese großen Prozessoren, die ich alle dafür herstellen muss. Das wird jetzt auf jeden Fall eine krasse Sache. Und dafür habe ich ja hinten den Raum hier sitzen. Wobei ich das hier reinsetzen wollte. Da habe ich mir überlegt, hier werden sowieso wieder meine ganzen Maschinen sitzen. Dann habe ich überlegt, hier setzt du dann deinen Maschinen hin. Weil hier drunter ist ja das fast direkt. Kann direkt fast eigentlich auch verarbeitet werden. Achso. Na, machen wir weiter hier. Das kann ja fast verarbeitet werden. Da weiß ich noch nicht, wie ich das genau machen werde. Bin ich noch wirklich am krass überlegen. Das ragt ja fast nicht bis dahin. Wobei ich das dann hier da hinsetzen kann. Und die ganzen Kabel verlegen. Deswegen werde ich das ja auch wohl überall wirklich hier reinsetzen müssen. Oder? Ich bin jetzt wirklich am überlegen. Oder setze ich es unten hin? Da bin ich die Zwischenetage, ne? Hätte ich nur dreimal. Das wäre auch nicht so viel. Hier hätte ich das. Hier hätte ich diese Bahn. Ja. Oder noch einen tiefer. Hier vielleicht hin, ne? Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich das hinsetzen soll. Dafür hätte ich eigentlich diesen Raum geplant. Aber ich glaube, das wird auch nicht mehr so da drauf hinauslaufen, dass dieser Raum verfügbar dafür ist. Denn der größte Teil läuft sich ja fast hier ab. Hm. Na komm, wir setzen es doch da hin. Wir setzen es einfach hin. Und machen wir hier die Glasscheiben weg. Den brauchen wir nicht mehr. Da war ich tatsächlich gerade am überlegen, ob ich es machen würde. Das werde ich gleich alles separat abernten. Also die ganzen Bäume werde ich gleich alle freikloppen. Dann müsst ihr das nicht sehen. Ähm, das will ich euch natürlich nicht antun. Warte mal, das kann doch eigentlich auch noch da rein. Hier dieses Müssädel. Wo die Pilze super gut drauf wachsen. Das kloppen wir da auch noch hier hin. Komm. Das passt da auch noch gut hin. So. Die Hälfte der Zeit schon wieder ganz verbummelnd. Nur mit zum Planen, wo ich das Ding hinsetze. Ja, ja. So bin ich halt. So. Vier. Na, das wird auf jeden Fall noch nicht reichen. Wenn ich jetzt hier schon 16 verbrauche auf dieser Ebene hier. Da kommen mir auch noch mal 16 zu. Da fehlen ja wieder welche. So. Dann brauche ich hier noch 8 Stück. 8 Stück. Das kriegen wir auch noch hin. 8 Stück eben gefertigt. Dann ist diese Ruhe. Schon den ersten Teil geschafft. Dann brauchen wir auch wieder Eisen. Gold. Also, das geht jetzt alles in Verdichte. Das heißt, ich werde bald wieder auf Touren gehen. Um mir alles fix zu holen. So. 8 Stück. 6e. 8e. Dankeschön. Dann brauchen wir den Wärmetauscher. Ja, geht auch wieder Eisen drauf. Da brauchen wir auch wieder ME-Kabel. Und dadurch brauchen wir dieses Fluix-Staub. Und das ist Neta-Quasi plus Neta-Staub. Und das müssen wir jetzt einfach verbrennen. Ja. Ja, ist das herrlich. Müssen wir jetzt erst da hinten hingehen. Was ist denn da? So, das sind bestimmt so komische Slimes. Ja, das ist jetzt alles hier kostenschwielig nur noch. Da muss ich gleich, wie gesagt, wieder eine schöne Mining-Tour machen. Oder die ganzen Turtles einsetzen. Und unten irgendwo ein bisschen hinsetzen, dass sie sich ein bisschen verarbeiten können. Pulverweiser im Pulverweiser oder im Ding woanders. Ne, Pulverweiser ist ganz gut. Da brauchen wir wieder eins. Da können wir jetzt zwei Stacks durchjagen. Was haben wir denn hier noch? Hier ist kein Stack drin. Schrecklich. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen von dem Material. Habe ich hinten noch rumliegen. Das arbeitet jetzt erstmal voran. Das kann alles brennen. Das kann fertig werden. Dann haben wir es gleich für die nächste Folge. Wenn ich dann auch die ganzen Bäume wieder weg habe. Weil ich ja auch wieder Wabba brauche. Ah, hier. Pulverweiser Eisen. Vier. Und nochmal Golden Stack. Ich wollte doch gerade sagen, ich lebe eigentlich nicht im schlechten Haushalt. aber das wird auch weniger. Guck, Skulle. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei. So. So. Dankeschön. Und Gold. Und hier jetzt kommt erstmal Eisen rein. Also wie gesagt, das ist wirklich extrem. Was ihr findet, dann müsst ihr auch Curries und sowas ausstellen, damit ich genug Material eigentlich rausbekomme. Dazu brauche ich aber eigentlich so eine Station, wo es direkt bei den Curbys sich sortiert, beziehungsweise wo es hingeportet wird, dass es direkt fertig gemacht wird. Sprich Cobblestone, Recycler und sowas. Alles perfekt auskombiniert. So. Na gut, du wirst jetzt nicht voll werden. Hoffentlich füllst du die jetzt... Oh, du füllst gar nicht die auf. Und stopp mal eben hier. Dann geht das ein bisschen mindestens da noch hoch. 19 Stück. Ja, können wir auch noch nicht anfangen. Lassen wir das mal durchlaufen hier. Und ich würde mich hier gleich dann durchbegeben, alles fertig zu machen. Aber die Nacht bricht rein. Ich werde mal eben hier schon mal die Monster ausschalten, weil ich die nicht brauche. Beim Holzkloppen. So. Wir können die nämlich auch weg. Die unnötigen Monster. Gott, die Öfen laufen. Dann habe ich da auch ein bisschen Material wieder. Und dann tun wir die letzten da noch hin. Zack, zack. Da wird aber auf jeden Fall noch ein zweites System aufgebaut. Das heißt, es ist eigentlich nur das Grundsystem für hier, dass ich ein Lager habe. Und dann gibt es halt weitere Systeme für Bäume, Früchte und sowas. Diese werden aber alle vorprogrammiert. Ach ja. Irgendwas hatte ich doch gerade noch vor. Ach so. Ich brauche eben Leder. Und Seiten. Dass ich eben ein paar Bücher machen kann. Ich gehe immer hier so. Komm. Wo ist denn die Welt geblieben? Wir brauchen doch nur hier Bücher. Ach. Geht ja so. Zack. Ich hätte doch irgendwo Seiten rumflattern. Hallo, ihr Seiten. Hallo. Da sind sie doch. So. Ne, das passt ja auch nicht. Da ist ja eine ungerade Zahl. So ist aber richtig. Und dann brauchen wir 20, 21 Stück. Leder, Leder. Dankeschön. Dann machen wir uns nicht ein paar Bücher noch. Ja, ich überziehe jetzt gerade mal ein bisschen die Folge wieder. Das soll jetzt aber nicht zur Gewohnheit werden bei mir immer. Zack. Bücher. Und noch mal ein paar Bücher. Und noch mal ein paar Bücher. Dankeschön. So. Und die Bücher werden jetzt gleich auch da hinten verfrachtet. Dann habe ich da immer welche in Reserve. Das Leder kann wieder weg. Oh. Ich ahne was. Ich ahne was. Das ist wieder durchgelaufen. Oh, haben wir lange gespielt. Da müsst ihr ja rechnen. Und das ist ja knapp drei Minuten immer pro Durchlauf. Das ist schon wirklich enorm. So. Und. Und. Stopp. Stärke 4. Ah ja. Haben wir das schon irgendwo? Da, Stärke 4. Gut. Zumindest etwas wieder. Dann würde ich sagen, wir gehen vor Bett. Ich werde die ganzen Bäume wegkloppen. Das kann durchlaufen. Da hinten kann alles fertig werden. Ich werde nochmal einen Nachschub da in die Öfen reinpacken. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer FlashHootHP. Und. Tschüss.